Hallo Leute, hi, hier, ich bin's, der LightLide, L-I-D-E, hallo, hallo, guten Tag, Töckchen, ich bin die ganze Zeit am Videoschauen hier, äh, naja, die ganze Zeit, wenn ich mal daheim bin, äh, nein, ich bin aber jetzt im Grunde genommen am Videoschauen, so ein paar interessante Hate-Videos, hm, das ist ganz lustig, ah, und dabei bin ich so nebenher in Steam gewesen und plötzlich ist mir was aufgeploppt, das Tagesangebot von Steam ist Kinetic Void, wozu ich bald auch wieder Videos mache, wieder ein Video mal wieder machen werde, zu dem aktuellen Status zumindest mal, ähm, viele von euch kennen das sicherlich, es ist ja auch ein, es ist ein sehr viel geklicktes Video auf meinem Kanal, ähm, es ist momentan für 7,60 Euro im Angebot und wer auf solche Spiele steht, sollte da vielleicht unbedingt mal zugreifen, weil, ähm, dieses Spiel ist öfters mal im Angebot, aber 60% ist das schon eine Menge, also, hm, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das nie wieder so billig wird, aber es könnte in der Weile dauern und wenn ihr schon überlegt habt, mal Kinetic Void zu kaufen, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Gut, äh, ich möchte dieses Video nicht in den Rahmen sprengen, damit, äh, ihr das möglichst schnell bekommt, äh, mein Name ist Hate, bis zum nächsten Mal, over and out und habt einen schönen Abend.